Was zum Teufel? Was ist hier los? Stewie? Nun Brian, du hast bewiesen, dass ich falsch lag. Wovon redest du überhaupt was? Was ist das hier? Ich habe ein kleines Experiment durchgeführt, Brian. Erinnerst du dich an unsere Diskussion, ob du und Peter tatsächlich Freunde seid? Ich wollte dir beweisen, dass ich recht habe, dass eure Freundschaft nur ein Resultat der Umstände ist. Deshalb erschuf ich ein Szenario, in dem eure Erinnerung gelöscht war. Um zu demonstrieren, dass du und Peter nicht auf natürlichem Wege zueinander finden würden. Aber ich lag falsch. Offenbar habt ihr beide wirklich eine Verbindung zueinander. Wow. Also sind wir dafür bestimmt, Freunde zu sein. Sieht ganz so aus, ja. Werden die sich an irgendwas erinnern? Nein, ich lösche diesen Tag aus. So als wäre es niemals passiert. Wow. Was ist denn da drüben los? Ich wollte wissen, wie drei Frauen in derselben Situation reagieren würden. Wir sind erst seit drei Minuten da drin, haben noch nicht mal nach dem Namen der anderen befragt. ọn in in Bis zum nächsten Mal.